Und Tino, weißt du? Ja. Oh, Pipi. Oh, gerade ein Baby. Oh, habst du selber ein Baby. Oh. Gerade vor. Tino, bleib. Hey. Hey. Oh, Mama. Darf ich mir noch kurz ein anderes Video-T-Shirt anziehen? Oh, nein. Soll ich nackig? Ja. Tino, nein. Bitte. Oh, nee. Oh, bitte. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich trau mich nicht. Ja. Ich trau mich doch nicht. So, lieber Tino, meine Haare sind nicht mal gemacht, ey. Hey, in den letzten Videos sind meine Haare nie gemacht, ne? Ihhh. Hä? Du hast voll gefurzt. Nee. Klar, ich hab's voll gehört. Halt doch. Nö, ich heul nicht, du hast gefurzt. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Hast du geproovt? Nein. Ja, ja. Du lügst. Du lügst, ne? Du lügst, ne? Hör uns los. Achso. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, ey? Tino, ist das wieder ein Video mit dir und mir, oder? Ist das ein Video mit dir und mir? Ich schlag mich nicht. Ich schlag dich zurück. Ich schlag dich zurück. Ich schlag dich los. Soll ich dich los essen? Ja. Schlägst du mich dann? Nein. Werde ich mal? Nee. Werde ich mal? Doch. Ne. Aua! 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 Okay. Hey. Aua! 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 Ja, das war auf jeden Fall nicht schlecht, ne? 6 Dollar! Wie viel? Äh, 9! 9 Euro? Ja! Tino! Ja! Nein, 7 Dollar! 1 Euro reicht! Oh man, danke! Für deine Spardose! Ich hab keinen mehr, guck doch. Willst du das Kleingeld hier haben? Ja. Mehr. Mehr. Ich hab nichts mehr. Bitte. Bettner, du. Ich schenke dir mein Handy. Ja. Okay, hier. Tust du dann weiterhin auf Snapchat und Instagram Bilder posten für die Leute? Ja. Okay. Danke. Bitte. Aber erst nach dem Video am Handy. Nein. Willst du damit jemand anrufen? Ja. Wen willst du denn anrufen? Arzt. Wer ist Arzt? Ein Arzt? Ja. Warum denn ein Arzt? Bitte komm. Warum willst du denn einen Arzt anrufen? Oh, wann bitte. Hast du dich verletzt? Nein, Mann. So. Bitte. Kino. Bitte. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Ja, toll, ja. Ich find das mit der Strahlung so vor dem Handy und so. Hier. Nee, das find ich jetzt gar nicht positiv bei dir. Ich hab ein Baby. Du bist ein Baby. Ich hab ein Handy. Guck mal, was für ein Baby du bist. Nein. Krieg ich ein Gussi? Ja. Oh, danke. Warum kuschelst du gerade so mit mir? Handy. Bitte. Nee. Ja, Dollar. Die du nicht bei dem Video gebracht hast. Ja, nicht Dollar. So. Ja, so. So. Ja, so. So. Ja, so. Oh, lieb. Okay. Mach mal so. Haben wir jetzt das Thumbnail, oder? Ha. Boah, das ist ja noch fresher. Mach mal so. Kleiner Stinkidu. Sag mal, wer würde eher von der Polizei verhaftet werden? Du oder ich? Mir. Du. Ha. Wer würde eher besseres Essen kochen? Du oder ich? Du. Ich? Ja. Glaube ich auch. Wer würde eher Bibi und Tina treffen wollen? Du oder ich? Ich. Du. Richtig. Okay. Wer würde eher ein Glas Cola trinken? Du oder ich? Ich. Auch richtig. Okay. Wasser. Wer würde eher Wasser trinken? Ja. Du oder ich? Ähm. Ich und Cola. Also ich Wasser. Für ein... ...Essel. Hehehehe. So. Länger gewandt. So. Länger gewandt. Länger gewandt. So. Länger gewandt. So. Länger gewandt. So. Länger gewandt. Ja. Ja. Wollt ihr los, Tino? Nein. Ihr geht erst was essen. Ja, ich bring ihn gleich. In einer Minute. Hä? Ihr geht was essen, Tino. Mit dem Auto? Ihr geht essen. Und du? Ich bleib hier. Oh Mann, nein. Mann, doch. Bitte für Dollar. Gibst du mir Geld? Ja. Ich will nichts essen gehen, Tino. Ich hab keinen Hunger. Ja. Nö, ich hab keinen Hunger. Ja. Tschüssi. Ganz lieb. Lieb. Nein, lieb tschüss sagen. Lieb tschüss. Hahaha. Okay. Also tschüss liebe Freunde. Bis zum nächsten Video. Was ist hier unten verlinkt, Tino? Snapchat und Instagram, oder? Ja. Da unten ist es verlinkt. Und was müssen wir noch da oben, ne? Ja. Daumen hoch. Heiler. Abonnieren auch? Heiler! Also auch abonnieren.